Hallo, hier ist der Martin von Manne-Mankies, das ist die DAX-Analyse für nun Freitag, den 26.04.2024, auch den letzten Handelstag mit nochmal Ersatzmikrofon. Ich habe ab morgen dann ein neues wieder zur Verfügung, also das gleiche, was vorher war. Das heißt, die Tonqualität ist dann wieder in gewohnter Art und Weise zu haben. Heute müsst ihr nochmal mit Vorlieb nehmen. Unser DAX hat hier am Donnerstag den Kopf runtergenommen, hat in die Tiefe geblickt, nochmal Ausflugsziele sich angeschaut, die Raketentriebwerke ein bisschen auf Pausenmodus gehabt, zumindest während der regulären Handelszeiten. Danach kam dann hier schon wieder ein bisschen deutlich mehr Bewegung rein, außerbürstlich mit den Microsoft- und Google-Zahlen. Wir hatten uns gestern darüber unterhalten, dass ich zum einen oben die Chance gesehen habe, dass wir über die 18.1.20 quasi raussteigen könnten, dass er direkt antreibt mit dem ersten Rücklaufziele hier am mittleren Band, dass er das machen könnte, um genau hochzuschieben. Und dann hatten wir uns unten ein bisschen korrigiert, wegen diesem Pullback hier, hatte ich gesagt, das ist ganz so dramatisch, würde ich es dann vielleicht gar nicht sehen. Wenn er sich auf dem Pullback gut macht, könnte er dann auch wieder hochdrehen. Ein bisschen überrissen hat er, hat es aber vom Timing eigentlich schön gemacht. Also wir haben auch vor zweit nochmal eine Mail rumgeschickt gehabt bei uns im Verteiler, dass er jetzt vom Timing her halt mit den Amerikanern auch gut wieder hochdrehen könnte. Und wenn ihm das gelingt, dass er dann eben die ganzen Chancen hat, bis hoch 18.30 und mehr. Ja, die wurde jetzt nachbürstlich schon erreicht, ja, es ist nachbürstlich jetzt hier schon oben ran gesprungen, muss man wirklich mal gucken, wie viel davon übrig bleibt. Gerade zu einem Freitag wäre es natürlich auch denkbar, dass er erstmal wieder ein bisschen reinstrauchelt, vielleicht sogar das Gelb zumacht. Das wäre ja gar nicht so ungewöhnlich, ja, dass er ein bisschen erstmal nach unten strauchelt, sich dann hier stabilisiert, ein bisschen auftritt und nochmal probiert Richtung 1.20 zu kommen. Er muss jetzt nicht unbedingt nach unten straucheln, ja, wenn er den nachbürstlichen Schwung halten kann, wäre es ihm auch gestattet, das Gelb einfach offen stehen zu lassen und sich weiter hochzudrücken. Dann wären die 12.1.20 primär eigentlich an der Aufstelle, ja, 12.1.20 und dann oben wieder 18.1.20 bis 18.2.60. Das ist alles erreichbar am Freitag, wenn es sich Mühe gibt, ja. Aber, ja, das ist soweit. Sollte er von oben kommt, Schwung holen, wäre das dann die 9.50, ja, auf der er dann aber auch drehen sollte. Geht er dolle tiefer und geht er vor allen Dingen auch unter den 900 zurück. Unter den 8.80 wären wir das zu tief. Geht er unter den 8.80 zurück, würde das dolle gegen die Erwartungshaltung spekulieren und lässt natürlich dann Überraschungsmomentum auf der Unterseite zu. Das könnte dann dazu führen, dass wir sogar die 27.00 am Freitag noch closen. Aber dafür muss er auch unter die 900, dafür muss er unter die 8.80. Das muss er auch so hinkriegen jetzt, ja. Ja, er würde sich damit rechnen, dass wir hier oben in dem Bereich uns erstmal ausspielen. Ja, und dann muss er gucken, wie die Leute so drauf anspringen. Kriegt er die jetzt alle früh short reingeloggt, dann können sie sich natürlich schön da oben mal richtig ausspucken. Wollen da alle früh gleich long, dann würde er erstmal kurz noch das Geld zumachen. Da muss man ein bisschen mit Weitsicht rangehen, vielleicht mal ein bisschen das Umfeld angucken, was machen die anderen so. Der Markt macht häufig das, was die meisten nicht machen, ja. Aber so an sich haben wir es vor allem ihm verlangt. Wir haben gesagt, schöne weite Strecken, die er zum Donnerstag laufen kann, schöne breite Ziele auch, die er hier abfrühstücken kann. Von daher hat er das eigentlich schön gemacht. Das Einzige, was nicht schön war, weil hier zwischendrin war irgendwo eine grüne Stundenkerze, könnte ich mir vorstellen, dass der eine oder andere vielleicht schon ein bisschen zu früh abgefeuert hat, aber war jetzt keine teure Kerze. Die hat nicht viele Punkte gekostet, wenn man sich darunter abgesichert hat. Das war später dann auch wieder reinzukriegen, wenn man die nächste genommen hat. Ja, und von daher, das wäre meine Erwartungshaltung für den Freitag. Ja, also ich denke, der Fokus geht im Bereich um 18,1, 20, 18,80 oder sagen wir mal 18,65. 18,1, 20, das sind so die primären Andaufstellen oben und wenn man die gewuppt kriegt, dann steht ihm auch oben gar nichts mehr im Weg. Ja, also 18,1, 90, 18,2, 60, das wäre ohne Probleme machbar. Ja, unten das Gap bei 59, 900 als Support und drunter eher überraschend negativ, was dann nochmal ein bisschen bösen Freitagnachsicht ziehen könnte. Okay, ich denke, da brauchen wir es gar nicht komplizierter machen, als es ist. Seminar, muss ich mich entschuldigen, bin auch jetzt nicht dazu gekommen, deswegen jetzt wieder einige Mails und auch Rechnungen, hatte ich gesagt, schicke ich schon raus. Das habe ich noch nicht gemacht, ich versuche es am Freitag alles zu machen, alles spätestens aber am Wochenende, also am Wochenende garantiert. Versuche schon am Freitag einiges mit abzuarbeiten, seid da nicht, dass ihr denkt, das ist irgendwie nicht angekommen oder so, in der Regel kommt es bei mir an, weil es ja auch so, dass meine Mails nicht bei euch ankommen, weil sie im Spam-Ordner landen und manche, die da nicht sehen, aber ich habe bei mir alles da ausgeklingt, was irgendwie Filter ist oder so, selbst wenn da einer einen Tippfehler drin hat, das landet trotzdem alles bei mir, dass ich habe es halt bloß noch nicht bearbeitet. Mache ich jetzt aber, mache ich jetzt Freitag, alles spätestens am Wochenende, mache ich wieder alles durch und dann ist Sonntag wieder alles erstmal beantwortet und dann liegt er bald wieder bei euch. Ja, ansonsten werden die Plätze auch langsam weniger, denkt dran, wer noch kommen möchte, 29.30.06. Auch Börsenführung, haben wir ja gesagt, machen wir am Freitag. Wer da Lust hat, ist kein Zwang, ist auch kein Seminargegenstand, aber ich dachte, wenn wir einmal ein Frankfurt-Seminar machen, können wir das vielleicht irgendwie verknüpfen. Ich mache die nicht die Führung, machen die Jungs da, in welcher Qualität, das kann ich natürlich euch auch nicht versprechen, ob wir uns danach dann über die lustig machen müssen oder so. Das wird vielleicht ganz interessant. Ja, wer da Infos haben will, kommen möchte, alles dann per Mail, Seminar at money-monkeys.com. Ich mache jetzt hier zu, wünsche euch viel Erfolg am Freitag, schönes Wochenende schon mal, falls jemand im Ausstattleben ist, DTM, kann ich mich mal anschreiben, bin auch da und ich bin auf Mails schreiben. Gut, macht's hübsch, tschüss.